Schaffst du drei hier? Was geht denn der? So Helmfeuer alle fünf Was? Ein Inferno, Alter Das Ding ist ja mein Kopf vorbei geflogen Das hat das noch nicht geplant, dass das Ding an meinem Kopf drängt Was ruhiges zwischendurch? Funke Goldfonteen Funke Goldfonteen In den Winter Ah, mich kippt Fahr los Sehr sehr, ich läuft weg Ja, die eine ist leider umgekippt Ein bisschen Wind ist ja auch da Naja, nicht schlimm Jetzt haben wir mal hier den Firewall von Nen ist der? Ich hab keine Ahnung Leslie vielleicht Wie von Niederlande, ja ich denke mal Leslie Zünden wir mal Und danach machen wir mal die Premium Kometen Mix von Lone Star Aber erstmal kommt der Firewall Aber erstmal kommt der Firewall Los geht's, Firewall So Okay Jetzt kommt der aus der zweite Düse Also langsam wird's was Also langsam wird's was Irgendwie Das ist ja glaube ich nicht so korrekt Das ist ja glaube ich nicht so korrekt Fit Alter Finde, damit hab ich jetzt auch nicht gerechnet Sehr geil So, der zweite Und dann kommt der Schleifung So Die Auch der Abschuss Hier die Linie vorne Schleifung Der Abschuss Puff Geil Sehr, sehr nice So Die nächsten drei Letzten Und dann Was für den Effekt wollen wir jetzt sehen Ah Alter, der bringt immer noch Sehr, sehr edel So Der nächste sehr schön und der letzte ebenfalls sehr schön ein schönes geiles mix kann man sich immer mal gönnen so weiter ja sagen wir mal die szena 6 3 stepper 5 container machen wir schlagen zweimal so machen wir das jetzt so, let's go ja, Bahn 3 hat der andere nicht eingekriegt ja, ein preis von 10 euro, teuer auch ok sternschnuppenstäbe, von wem sind die? JGWB von denen her JGWB ich glaube, das ist nicht geil wo jeder ist, ne? versuche ich es bei ihm machen mit einmal kann es auch machen mit Seh nicht, einmal Eintrig, ich sehe nicht die Flamme oh, jetzt oh, wie ruhig die sind alter geil, Mann richtig edel das ist ein wunder gab es in der neuzeit alter echt schön die sind echt schöne teile einfach mal genießen lassen einfach mal genießen lassen ja, sehr schön so, das war's traumhaft schöne teile blind ja, das war's und erst blind so, jetzt kommt die Heavy Metal Reloaded von ID durch geht's jetzt kommen langsam andere Geschützer so, Heavy Metal Reloaded von ID 1290 1290 ja, schön sehr, sehr schöne Cake sehr, sehr schöne Cake hoch dieser Zerleger mega geiles Teil bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal